einen wunderschönen guten morgen ich dachte eigentlich wir spielen heute in potsdam und ich habe schon wieder tagebuch unterwegs ist aber der herb anscheinend abgewogen und wir sind nach direkt nach narnia gefahren spielen wir halt in narnia macht auch nichts also der tambour hat heute wieder tourtagebuch wie bescheuert ist eigentlich von sich selbst in der dritten person zu sprechen schöne bühne hier wirklich gut direkt den jackpot gezogen direkt den art direkt den jackpot gezogen guck mal hier ist auch der film den du damals gedreht hast diese scheiß spitzen ohren habe ich ewig nicht abgeklickt party es ist der tageshoroskop von tilbomil eigentlich könnte man sagen es ist das jahreshoroskop von tilbomil sie wirken in der letzten zeit etwas zerstreut und durcheinander frauen habe ich doch eindeutig die ende das sind übrigens meine noten für den für den schluss von einer der subway to selly nummern die wir spielen wo ich mir nie merken konnte wie die rhythmik ist also komplettes kommando wieder zurück wir spielen jetzt doch müssen aber unser set ein bisschen verkürzen weil alle ja nicht ganz fit ist probieren aber mal was aus keine ahnung ob es funktioniert wir werden sehen ihr die ihr diesem tagebuch seht und vielleicht in potsdam wart werdet schon wissen ob es funktioniert hat oder nicht ja so leicht lassen sich unterkriegen wir gehen auch krank auf die bühne so weit es geht das heißt wir probieren jetzt was und gleich geht es los ich hoffe ihr habt gleich viel spaß ja nur normale leute hier bei uns dabei so das war mein tue tagebuch schon gesagt es waren tolle eisheilige der nächte und bis bald tschüss nicht blüé der ja 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 Hahahaha